So, es geht wieder los. Schön, dass du eingeschaltet hast und herzlich willkommen in einer neuen Folge des Makler und Vermittler Podcasts. Heute geht es um das spannende Thema Bestandskauf und auch aus der Verkäufer-Sicht Bestandsverkauf. Ich beschäftige mich ja selber bei der WBV aktuell mit dem Thema, da wir in den nächsten Jahren Bestände erwerben möchten. Deshalb interessiert mich da selber auch sehr brennend. Aber bevor wir da einsteigen, möchte ich noch mich ganz herzlich bedanken bei Rainer Fußeder für seine Rezension, die er uns geschrieben hat. Und wie versprochen, lese ich die auch sehr gerne hier vor. Die geht wie folgt. Bester Podcast im Bereich Versicherungen. Ich höre den Podcast seit etwas mehr als einem halben Jahr. So gut wie jede Folge liefert unbezahlbaren Mehrwert, Vertriebsansätze und Kompetenz. Für mich der beste Podcast in 2020 und vermutlich auch in 2021. Rainer, das geht runter wie Öl. Ganz herzlichen Dank an dich und wir werden uns in dieser Folge und auch den folgenden natürlich Mühe geben, dass das auch so bleibt und wir dein bester Podcast in 2021 bleiben. So und jetzt zurück zum Inhalt. Und ja, es bietet sich ja an, bei dem Thema einen Praktiker hier mit ins Interview einzuladen, um das Thema zu beleuchten, Bestandskauf und Bestandsverkauf. Und deshalb bin ich hier nicht alleine, sondern hier mit in deinem Ohr ist Daniel Seeger, Geschäftsführer der ZVO GmbH als Versicherungsmakler. Und Daniel hat ja zusammen mit Tino Skarbak in den letzten Jahren schon zahlreiche Bestände selbst übernommen und dabei sehr viele wertvolle Erfahrungen gemacht und notwendige Prozesse ja auch entwickelt und optimiert. Und deshalb freut es mich ganz besonders, dass er heute hier mit mir darüber spricht. Und deshalb jetzt erstmal ein ganz herzliches Willkommen hier im Markt- und Vermittler-Podcast, Daniel. Ja, dankeschön, Nico. Freut mich, dass ich hier auch mal dabei sein darf. Und ich hoffe, dass wir Reiners Erwartungen auch heute wieder erfüllen können. Und das ist eine interessante Sendung jetzt heute. Da gehen wir uns beide, hängen wir uns voll rein. Mal sowas von. Damit die, die dich vielleicht vom Namen her noch nicht kennen, ein bisschen mehr greifen können, wer du bist. Du bist ja 39 Jahre alt und wie ich recherchiert habe, jetzt seit fünf Jahren bei der ZVO. Das heißt, mit 34 bist du dort, hast du dort angefangen. Da macht man ja in der Regel beruflich noch was anderes, bevor man dann 34 wird. Wie bist du denn in die Branche gekommen? Was hast du denn da vorgemacht? Ja, ich bin im Prinzip Quereinsteiger in dieser Branche. Ich habe den Tino Skrabag, meinen jetzigen Geschäftspartner, wir haben uns damals bei der Bundeswehr kennengelernt. Sein Nachname ist Skrabag, meiner Seger. Wie der Zufall, so will, sind wir auf dem gleichen Zimmer gelandet. 2002 waren bei der Grundausbildung in Germersheim bei der Luftwaffe. Und er war damals ja schon in der Branche, damals noch bei der DVAG. Hat damals die ganze Kaserne abgegrast und Versicherungen verkauft. Unter anderem auch mich dann als Kunden gewonnen und vor allem aber auch als Freund. Und seitdem haben wir uns nie aus den Augen verloren. Ich bin dann zwölf Jahre bei der Bundeswehr geblieben, habe dort die Offizierlaufbahn nach bei der Luftwaffe. Und danach habe ich im Bereich Betriebswirtschaftslehre studiert, vor allem im Bereich Innovationsmanagement. Und mein Faible war schon immer so das Thema Internet, Vertrieb über Internet, Webseiten erstellen. Und ja, so sind wir dann irgendwann 2015, 16 wieder zusammengekommen, als wir die ZVO gemeinsam gekauft haben. Weil die ZVO, Zahnversicherung online, ist ja eigentlich vom ursprünglichen Geschäftsmodell ein reiner Online-Makler. Und da ich eben die Ahnung hatte von Internet und von IT und von allem drum und dran, hat mich Tino damit ins Boot genommen und hat gesagt, hey Daniel, du bist doch eh gerade auf der Suche, was du neu machen willst, eine berufliche Veränderung und so weiter. Hast du nicht Lust mit mir zusammen die ZVO zu kaufen? Und ich habe die ganze Zeit Tinos Karriere auch im Bereich Bestandskauf verfolgt und fand es super spannend, auch die neue Herausforderung gemeinsam deine Firma zu übernehmen, fand ich super spannend und deswegen bin ich da so in die Branche geschlittert. Und seitdem sind meine zwei Schwerpunkte eben dieser Bereich Zahnversicherung oder beziehungsweise der Aufbau von Webseiten und schauen, dass die Webseiten auch von Nutzern gefunden wird, also Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenmarketing. Und das Zweite, das Thema Bestandskauf, habe ich da mit Tino angefangen, weil ich es damals schon faszinierend fand, wie man Versicherungsbestände kauft und in die eigene Firma integriert. Und deswegen sind das so meine zwei Hauptbereiche auch bei uns in der ZVO, die ich übernehme. Also du übernimmst dann die operative Integration, wenn dann entschieden ist, welche Firma oder welche Anstattung. Wir haben uns das ganz gut aufgeteilt. Tino ist so dieser, den man ja normalerweise dann eher kennt als mich. Das ist die Rampensau, die auf der Bühne steht. Er ist auch derjenige, der den ersten Kontakt mit potenziellen Verkäufern dann immer wahrnimmt. Er führt die Verkaufsverhandlungen und erst wenn dann die Unterschrift trocken ist, dann übernehme ich. Das heißt, ich bin im Prinzip dann verantwortlich, wenn die Firma oder der Bestand zu uns in die ZVO integriert wird. Und vorher das Ganze, die Verkaufsvorbereitung, Kaufvertrag, Notartermin und so weiter, das übernimmt bei uns, Tino. Genau. Er macht den roten Part und du den blauen. So ist es, genau. Und wie viele Bestände habt ihr oder dann auch, wenn du die vom Tino, die er noch alleine gekauft hat, dazu nimmst, inzwischen gekauft? Also was ist so der Erfahrungs-Background bei euch in der ZVO? Ja, also Tino alleine kommt jetzt auf über 35 Bestände. Er macht das jetzt aber auch schon seit 12, 13 Jahren oder sowas. Und seit wir 2016 die ZVO quasi übernommen haben, kommen wir jetzt auf 13 oder 14 Bestände. Wobei man sagen muss, die ersten zwei Jahre, also das Jahr 17 und das Jahr 18, da war das noch relativ wenig, weil wir mussten ja erstmal die ZVO übernehmen und uns erstmal mit dem Geschäftsmodell der ZVO vertraut machen. Da war mein Part hauptsächlich das Online-Thema. Und erst so Mitte 2018 habe ich Tino dann wieder dazu gedrängt, dass wir jetzt in das Thema Bestandskauf wieder einsteigen. Und dann war vor allem 18, 19 haben wir sehr, sehr viel gekauft. 2020 haben wir uns jetzt eine kleine Auszeit gegönnt, um die ganzen Käufe aus 18 und 19 auch wirklich sauber und ordentlich zu integrieren. Denn wenn du Tino sagst, geh und finde Bestände, dann kommt er und kauft jeden Monat einen. Und das muss man halt danach auch erst abarbeiten. Er ja nicht. Ja, er dann nicht mehr, genau. Das sind dann wir verantwortlich. Okay. Und warum, also wenn wir ganz vorne anfangen, warum würdest du sagen, das ist für einen Makler interessant, einen Bestand zu kaufen und nicht einfach organisch zu wachsen? Ja, der Leitspruch ist ja immer das eine tun, das andere nicht lassen. Ich bin ja als BWLer auch ein Zahlenmensch. Und wenn du dir das einfach anguckst, wenn du einen Bestand kaufst, der einen jährlich laufenden Umsatz hat von 50.000, 60.000, 70.000 Euro, dann musst du dir einfach mal überlegen, wie lange du eigentlich arbeiten musst, damit du so einen Bestand aufbaust. Wenn du ein guter Makler bist, ein guter Vermittler und du bist jetzt nicht nur auf Sachversicherung, sondern allgemein so unterwegs, dann baust du vielleicht im Monat 1.000 Euro laufende Einnahmen auf. Vielleicht. Das heißt, im Jahr schaffst du vielleicht 10.000. Das heißt, du bräuchst schon 5, 6, 7 Jahre für 50, 60, 70.000 Euro laufende Bestandseinnahmen. Und ich glaube nicht, dass es jeder schafft. Aber du kommst irgendwo an deine natürliche Grenze, was du fähig bist, einfach selbst aufzubauen. Bei einem Zukauf kannst du drei Bestände in einem Jahr kaufen mit jeweils 50.000 Euro. Das heißt, da ist keine natürliche Grenze da. Klar, die natürliche Grenze ist, wie viel Darlehen bekommst du von der Bank. Wie viel Eigenkapital hast du zur Verfügung? Aber du kannst durch diesen Leverage-Effekt mit dem Fremdkapital einfach viel schneller eine größere Firma aufbauen und einen Bestand aufbauen. Und jetzt gerade in Corona-Zeiten haben wir gemerkt, wie wichtig Bestandsprovision ist. Weil das halt doch eine Stabilität und eine Sicherheit in die Firma gibt. Und wenn ich mir das für einen Faktor 2, für einen Faktor 2,5 einkaufen kann, dann ist das betriebswirtschaftlich einfach genial. Und deswegen bin ich so ein Riesenfan von Bestandskauf. Weil es einfach richtig Sinn ergibt. Ja, ich sehe es auch so. Wahrscheinlich gibt es aber irgendwo eine Grenz oder ein Mindestniveau, was man erreicht haben sollte von unternehmerischen Erfahrungen her, bevor man sich dann da ranwagt. Kannst du das so sagen aus Erfahrung? Ab wann würdest du sagen, ist das empfehlenswert als Makler ab einer bestimmten Unternehmensgröße oder wie viele Jahre sollte man schon in der Branche sein, bevor man sich damit beschäftigt? Ach, das ist schwierig. Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, Tino hat im zweiten Jahr oder so damit angefangen, eine Firma dazu zu kaufen. Ich finde, du musst das ein bisschen anders angehen. Du musst sagen, du musst dich für sowas bereit machen. Das ist was gänzlich anderes. Also du kannst zehn Jahre lang ein guter Versicherungsmakler sein, der seine 200 Kunden hat, die er alle persönlich kennt und die er super betreut. Und dann fängst du mit einem Bestandskauf an und es ist halt was gänzlich anderes. Du kennst die Kunden nicht mehr. Das ist ein anderes Service-Level, das von dir erwartet wird. Und ich glaube, das musst du im Kopf hinkriegen, dass du eben nicht mehr der Nachbar bist, der Freund, der Bekannte, sondern dass du jemand Fremdes bist. Ein fremdes Dienstleister und Unternehmer. Du brauchst einen Service-Gedanken, du brauchst einen Dienstleistungs-Gedanken. Und das hat uns oder das hat mir bei der ZVO eben wahnsinnig viel geholfen, als ich da im Zahnversicherungsbereich angefangen habe. Und der Wilfried Schöler, der uns die Firma verkauft hat, da war sein Motto, 24 Stunden, da muss der Kunde eine Antwort haben. Und das ist das, was ich auch von jeher auch mitgenommen habe. Also das ist auch bei der Bundeswehr oder sowas, dieser Service-Gedanke, den habe ich damals irgendwie schon gelernt, dass innerhalb von 24 Stunden musst du eigentlich eine Antwort präsentieren. Und dann ist der Gegenüber auch zufrieden. Wenn ich das in verschiedenen Facebook-Gruppen lese, da finde ich ja auch immer spannend, wie über Check24 oder Amazon oder so irgendwo sich beschwert wird. Ich finde, die bekommen das super hin, dass man innerhalb von wenigen Momenten sogar eine Antwort bekommt. Bei Amazon, da rufst du an und dein Problem wird gelöst. Das ist mein Anspruch, den ich auch habe, wenn ich einen Bestand kaufe. Weil da habe ich nur eine Chance. Der Kunde, der ruft mich einmal mit einem Problem an und erkennt mich nicht. Und dann muss er einfach eine Lösung bekommen. Und dann bleibt er auch bei mir. Und deswegen ist es, glaube ich, gar nicht zu entscheiden, wie lange du jetzt schon Versicherungsmakler bist. Vielleicht ist es sogar schlecht, wenn du schon 20 Jahre Versicherungsmakler bist. Genau. Und aber deine eigene Schiene hast und immer nur deinen normalen Stiefel machst, aber gar nicht über den Tellerrand rausguckst und guckst, was ein anderer Service-Gedanke ist, wie bei Familien, Freunden und Bekannten. Ja, ist tatsächlich so. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, so als Berater und Vermittler baut man sich also Schritt für Schritt die Kontakte auf und hat ausreichend Zeit, jeden persönlich kennenzulernen und eine Beziehung zu festigen. Und wenn du so einen Bestandskauf, dann habe ich halt auf einen Schlag ein paar hundert neue Kontakte, die ich alle nicht kenne. Und wenn die sich das erste Mal melden bei dem Unbekannten, dann muss es halt sitzen. Und wenn ich dann versage, da habe ich eigentlich nur die eine Chance, dann ist die Gefahr, dass sie abwandern. Aber ansonsten werden sie auch zufrieden sein wahrscheinlich. Genau. Also das ist das Wichtigste. Und du musst ja noch nicht mal innerhalb des ersten Anrufs das Problem lösen. Aber du musst erreichbar sein. Eine Reaktion zeigen. Eine Reaktion zeigen. Genau. Einfach nur, ich kümmere mich um ihr Problem. Es kann jetzt aber eine Woche dauern, weil ich muss mit der Versicherungsgesellschaft reden. Oder ich schicke ihm ein Schadensformular, danach dauert es aber ein bisschen. Man will ja einfach nur wahrgenommen werden als Kunde. Und ich glaube, erst im Schadensfall oder erst, wenn irgendwo mal ein Service benötigt wird, da zeigt sich dann eben das wahre Können und da trennt sich die Spreu vom Weizen. Und nicht beim Abschluss der Versicherung. Das ist aber, ich meine, dem erzähle ich das. Das weißt du sicherlich besser als ich. Da treiben uns auch Amazon und Konsorten vor uns her, vor sich her. Und das ist auch gut so. Also von denen kann man sehr viel lernen. Über sich, über die Beschwerden bringt jetzt weniger. Das wird es nicht ändern. Aber die Kunden sind halt an diese schnellen Service gewohnt. Und da muss ich halt einfach mitspielen können. Genau. Also brauche ich Prozesse unternehmerische und halt nicht mehr bei Zufall. Management bei Zufall. Genau. Weil dein Nachbar verzeiht es dir, wenn du zwei Wochen im Urlaub bist und sagst, ich melde mich in zwei Wochen, wenn ich aus Thailand zurück bin, wieder. Dann sagt der Nachbar, okay, klar, rennt mir jetzt auch nicht weg. Ja. Der Online-Kunde verzeiht sowas nicht. Ja. Und jetzt hast du, wenn man über Bestandskauf redet, haben wir ja ganz oft das Thema dieser Faktoren. Du hast es gerade auch schon angesprochen beim Kaufpreisfaktor. Genau. Wie stehst du denn zu dem Thema? Es gibt ja Bestandsvermittler, die sagen, also das ist Quatsch, hier in Faktoren zu rechnen. Es gibt ja riesen Unterschiede. Wie sind da eure Erfahrungen bei dem Thema? Wie kann man denn sowas greifen? Naja, es ist natürlich, du musst ja irgendwo eine Bewertungsgrundlage haben. Und da ist für mich schon die, was kommt jedes Jahr an laufenden Quotagen rein, eine wichtige Größe. Wovon ich weniger was halte, ist Potenziale zu bewerten. Ich meine, das machen ja auch manche Verkäufer, die sagen, ich habe eine Vertragsdichte von 1,5. Das heißt, durchschnittlich haben in Deutschland die Menschen fünf Versicherungen. Das heißt, du hast noch 3,5 Potenzial. Ja, aber wenn er es nicht gemacht hat, warum soll ich das Potenzial jetzt haben? Er kennt die Kunden, ich kenne sie gar nicht und ich soll aber dann diesen Schatz heben, von dem sie sprechen. Deswegen ist für mich einfach das Wichtigste als Bewertungsgrundlage, wie viel kommt jedes Jahr an Geld rein auf ein Konto? Und zwar über die letzten zwei, drei Jahre. Wie hat sich das entwickelt? Ist es runtergegangen? Ist es hochgegangen? Ist da ein Wachstum von 10 Prozent? Ist da ein Schwund von 10 Prozent pro Jahr? Dass ich so ungefähr ein Gefühl habe. Und natürlich ist dann, wenn du einmal die Bewertungsgrundlage hast, musst du darauf sagen, okay, ist mir das den Faktor 1 wert, den Faktor 1,5, den Faktor 2 oder den Faktor 15. Also das ist ja dann quasi deine Geschichte, wie nachhaltig du diesen Bestand bewertest. Wenn du eine Immobilie kaufst, zahlst du momentan Faktor 25 oder Faktor 30 auf die jährliche Netto-Kaltmiete. Und der Verkäufer versucht ja auch das Potenzial der Immobilie zu verkaufen, wenn sie runtergewirkt hat. Die hat ganz viel Aufwertungspotenzial. Ja, genau. Die kann man noch renovieren. Also ich finde es mit den Faktoren einfach sinnvoll. Und das, was am Markt bezahlt wird, ich glaube, es schwankt ja so zwischen Faktor 1,5 und 2,5 aktuell. Manche sind sogar mit Faktor 1,5 noch super bedient, wenn der Verkäufer einen Kundenbestand hat, wo keine Telefonnummer stimmt, wo keine E-Mail-Adresse stimmt. Naja, wie soll ich groß mit Kunden in Kontakt treten? Also das ist ja fast schon unverkäuflich, so ein Bestand, wo keine Maklermandate vorliegen mit Nachfolgeregelung. Da ist ja Faktor 1,5 ja sogar gut bezahlt. Aber es gibt auch top gepflegte Bestände, wo man auch mal an Faktor 3, 3,5 rangehen kann. Vier, warum auch nicht? Also es liegt immer noch am Verkäufer, wie er seinen Bestand präsentiert für den Verkauf. Und wie tief geht ihr da tatsächlich dann rein in die Analyse? Also Stichwörter, sind da überall Protokolle da? Und also da kann man sich ja, oder ist es digitalisiert oder eben nur in Papierakten? Wir sind ja gewohnt, dass wir uns in Bedingungen reinfuchsen, so dass es viele, es reizt ja sich da extrem tief rein zu analysieren. Aber die Frage ist, ab wo ist da noch ein Mehrwert? Oder kann man das nicht vertraglich anders regeln? Ja, also ich meine, das ist natürlich, je höher der Kaufpreis, je größer die Firma, desto mehr prüfen wir natürlich auch. Ich meine, 2019 haben wir eine Firma gekauft mit einem Kaufpreis von zwei Millionen. Da prüfst du natürlich ganz konkret. Da haben wir auch einen externen Unternehmensberater, den Dr. Peter Schmidt engagiert, dass der mit uns diese Firma komplett durchleuchtet. Was ist da? Wie ist der Bestand zu bewerten? In welcher Tiefe ist das Verwaltungsprogramm gepflegt? Gibt es Verträge mit Nachfolgeregelungen? Sind die Datenschutzerklärungen alle da? Also da haben wir wirklich viel geprüft. Und dann haben wir aber auch einen Bestand gekauft, 2019, wo uns der Verkäufer gesagt hat, es sind 43.000 Euro jährlich wiederkehrende Einnahmen. Da haben wir uns kurz Kontoauszüge zeigen lassen und eine Vertragsliste. Und dann war das quasi die Basis für den Kaufpreis. Und gut, da prüfen wir dann keine sechs Monate, sondern dann geht es wirklich quick and dirty. Das kommt ja dann auch immer darauf an, wie man den Kaufvertrag strickt. Wir gucken das meistens so, dass wir uns eine gewisse Sicherheit nehmen oder geben, indem wir sagen, wir zahlen nicht die 100% Kaufpreis sofort an Tag 1, sondern an Tag 1 gibt es 50% vom Kaufpreis. Und dann eben nach einer gewissen Zeit gibt es erst die weiteren 50%, wenn wir wissen, dass das, was uns der Verkäufer gesagt hat, auch wirklich stimmt. Also grundsätzlich vertraue ich immer dem Verkäufer. Und wenn er sagt, er hat 50.000 Euro BP, dann glaube ich ihm das und mache auf Basis dessen den Kaufvertrag. Wenn es aber später halt nur 40.000 Euro sind, weil der Verkäufer sich verschätzt hat, weil meistens sind es Schätzungen, dann gibt es halt nur auf die 40.000 Euro den Faktor, den wir vereinbart haben. Und dann gibt es die letzte Rate vom Kaufpreis einfach nicht, beispielsweise. Also regelmäßig vertraglich. Da sagt, wir haben uns auf den Faktor X geeinigt, aber der Faktor X greift halt nur auf die Verträge, die auch tatsächlich übertragen werden. Genau. Also nur auf das, klar, wenn da zwei Kunden irgendwie widerrufen oder irgendwas, dann, wir vereinbaren ja auch meistens irgendwie so, wenn eine Abweichung von 5% ist, dann geschenkt. Nur wenn es halt grob falsch ist und es eine Abweichung von 20%, dann möchte ich ja nicht, weil der Verkäufer gedacht hat, er hat 50.000 Euro jährliche BP, hat aber wirklich nur 40, dass ich dann auf die 50.000 den Kaufpreis bezahle. Das muss man einfach auch aus Verkäufer-Sicht dann fair betrachten. Weil oft ist es einfach so, dass die Verkäufer das schwierig einschätzen. Oder ich tue jetzt vielleicht Verkäufern unrecht. Wir hatten auch Bestandskäufe. Da hat es fast auf den Cent genau gepasst, was der Verkäufer gesagt hat. Und genau das an BP ist innerhalb der ersten 12 Monate angekommen. Wir hatten aber auch schon Abweichungen von 40%. Also das ist echt viel. Also es passiert halt, da muss ich auch drauf vorbereiten sein. Passiert, genau. Aber meistens sind die Verkäufer dann auch, dann spricht man mit denen und sagt, hey komm mal, du hast gesagt, ein konkretes Beispiel, wir haben Bestand gekauft. Da hat der Verkäufer gedacht, das sind 200.000 Euro laufende Einnahmen. Nach einem Jahr kamen ungefähr 135.000 Euro bei uns aber im Konto nur an. Das ist schon eine echt große Abweichung. Und dann haben wir mit dem Verkäufer gesprochen. Wir haben eine faire Lösung gefunden. Und er hat ein bisschen nachgegeben, wir haben ein bisschen nachgegeben. Im Endeffekt war es trotzdem für beide ein gutes Geschäft. Und man muss einfach miteinander reden. Das passt dann auch. Ist auch wieder so ein bisschen, glaube ich, der Effekt wie bei den Immobilien. Wenn eine Wohnfläche angegeben wird und du misst die nach, dann weicht die in der Regel auch von der Angabe ab. Aber komischerweise weicht die immer nur nach oben ab. Und da sagt man ja auch bis zu einem gewissen Grad ist okay, aber irgendwo so ab 2, 3, 5 Prozent sollten wir dann nochmal drüber reden. Genau. Wenn es nicht passt. Und sowas kann man alles vertraglich auch wirklich regeln. Das kann man fair regeln, dass man den Faktor im Kaufpreis einfach mit aufnimmt und die zu erwartende Bestandsprovision. Ja. Und jetzt hast du ja angesprochen, es ist durchaus interessant zu sagen, ich hebe das ganze Thema, indem ich zusätzlich zu meinem Eigenkapitaleinsatz eben mit Fremdkapital über Bankenfinanzierung arbeite. Wenn man sowas plant, ab wann ist es denn empfehlenswert, mit der Bank ins Gespräch zu gehen, wenn schon das Angebot vorliegt oder sollte man das vorab mal machen, um überhaupt seinen Rahmen zu kennen? Na, ich würde sagen, dass du, also direkt am Anfang, wenn du sagst, ich habe Interesse an einem Bestandskauf, dann gehst du zu deinem Banker und sagst, hey, ich würde dir mal gern mein Geschäftsmodell erklären, weil die Banker wissen ja meistens gar nicht, wie das Geschäftsmodell von einem Versicherungsmakler funktioniert. Die kennen den Unterschied nicht zwischen Abschlussprovision und Bestandsprovision. Und deswegen schon, wenn du die Idee für einen Bestandskauf hast, geh zu deiner Hausbank und erklär denen das Modell. Und sagt dann, hey, ich würde vielleicht 20, 30 Prozent Eigenkapital einbringen. Würdet ihr mir 70 Prozent finanzieren, wenn ich was für 100.000 bekomme? Oder bis zu welchem Betrag könntet ihr mich denn finanzieren? Das macht auf jeden Fall Sinn. Und nicht erst, naja, jetzt habe ich hier was und dem Verkäufer habe ich schon zugesagt und jetzt gehe ich zur Bank und frage mal, ob ich Geld kriege. Da freut sich der Banker. Ja, ich meine, da brauche ich dann wahrscheinlich zwei Termine. Einmal muss ich grundsätzlich die Strategie erklären und mal den grundsätzlichen Rahmen abzustecken. Aber dann wollen die sicherlich den Einzelfall dann nochmal prüfen. Genau so ist es, ja. Also die wollen dann schon wissen am Anfang, wer bist eigentlich du? Also du musst ja dich erst mal selbst verkaufen bei der Bank. Wenn du noch nie ein Darlehen gebraucht hast, dann musst du dich ja mal vorstellen und sagen, ich bräuchte jetzt zum ersten Mal vielleicht ein Darlehen. Das ist mein Geschäftsmodell. Das würde ich gerne noch machen. Ich möchte mir eine Firma aufbauen, in dem ich Versicherungsbestände kaufe. Was ist das eigentlich? Sodass man generell mal versteht, wer eigentlich da gegenüber ist und warum der Geld braucht. Und dann später eben, das ist der konkrete Einzelfall. Und jetzt brauche ich 50.000 Euro, damit ich mir was einkaufen kann. Genau so ist es. Und jetzt gibt es ja den Unterschied beim Einkaufen zwischen dem fachchinesischen Asset-Deal und Share-Deal. Willst du da mal den Unterschied kurz erläutern? Klar. Also im Prinzip ist es eine, ein Asset-Deal, das ist der klassische Bestandskauf. Das heißt, der Versicherungsmakler A verkauft seine Kunden und Verträge an den Versicherungsmakler B. Da geht dann nur der Kundenstamm über und im Prinzip werden die Versicherungsverträge oder die Quartage-Ansprüche aus den Versicherungsverträgen verkauft. Da geht dann nicht die Firma über. Und es ist auch völlig egal, ob der Versicherungsmakler, der verkauft, ob der jetzt eine GmbH hat, ob der eine GmbH und Co. KG hat oder ob er Einzelunternehmer ist. Das ist völlig egal. Ein Asset-Deal geht im Prinzip immer. Und das andere, was du meinst, ist der Share-Deal. Das ist, wenn eine Kapitalgesellschaft, also ein Anteilsverkauf stattfindet. Das heißt, ich gehe zum Notar und kaufe an der GmbH einfach die Anteile. Das ist vom Handling her einfacher. Der Verkäufer, der noch Anteilseigner an der GmbH ist, verkauft mir einfach 100% seine Anteile. Das dauert genau einen Notartermin. Und dann bin ich der neue Geschäftsführer und ich bin der Gesellschafter. Also Geschäftsführer muss ich ja nicht mal unbedingt sein. Das kann ja auch jemand anders sein. Aber ich bin der Gesellschafter und Eigentümer quasi der GmbH. Das ist der Share-Deal. Mit allen rechten Pflichten dann halt. Übernimmst du die ganzen bestehenden Verträge. Mitarbeiter, Autos, Telefon. Mitarbeiter, Autos, Leasingverträge, Telefon, Internet-Domains. Ja genau, alles mit Hund, Katze, Maus. Und da prüft man dann natürlich auch meistens ein bisschen mehr. Aber auch wieder größenabhängig. Also irgendwie Gerichtsverfahren oder Ähnliches. Ja, also ich meine, du kannst dich auch bei einem Share-Deal von 200.000 Euro, kannst du dich nicht tot prüfen. Also du kannst gar nicht alles durchleuchten, aber dafür gibt der Verkäufer auch Garantien ab. Ja, also du kannst ja im Kaufvertrag aufnehmen, dass keine Gerichtsverfahren anhängig sind, dass kein Insolvenzverfahren eröffnet ist, dass er immer sauber gearbeitet hat, dass immer Beratungsdokumentationen geführt werden. Du kannst dich da schon absichern. Aber desto größer es ist, umso genauer prüfst du natürlich auch. Aber warum soll ich jemand, ich meine, wenn mir jemand, wenn ich über einen Unternehmensberater gehe, der Unternehmensberater hat ein Exposé. In dem Exposé steht schon drin, dass der Bestand 100% digitalisiert ist, dass alle Obliegenheiten eines Versicherungsmaklers erfüllt sind und danach gehen wir zum Notar und dort wird die Garantie abgegeben, dass das erfüllt ist. Da muss ich doch als Käufer auch nicht noch das auch noch mal prüfen in jedem einzelnen Vertrag, sondern habe ich es im Exposé, im Prospekt des Verkaufs und dann noch mal im Kaufvertrag. Und wenn es danach nicht ist, naja, da muss ich halt an den Verkäufer gehen und sagen, hey, Junge, du hast doch gesagt, das stimmt alles und ist da doch ein Gerichtsverfahren. Wie kann das sein? Hast du das vergessen, dass du irgendwo noch verklagt bist? Ja, also da muss man auch ein gewisses Maß an Vertrauen dem Verkäufer schenken, aber eben auch sich über die Verträge absichern, weil alles prüfen geht einfach nicht. Du hast ja noch die Hand auf dem zweiten 50% im Zweifeln. Ja, genau. Okay. Ja, bei dem Share-Deal ist es nicht ganz so einfach. Beim Asset-Deal ist es einfacher. Ja, das stimmt. Beim Asset-Deal hast du auf der anderen Seite natürlich das Riesenthema, was jetzt wahrscheinlich viele sagen, oh, wie machen wir das denn richtig mit der DSGVO? Ja. Wie habt ihr das denn bei euch gelöst? Naja, also aktuell, ich meine, da gibt es ja auch, wenn du in verschiedene Maklerformen gehst, es gibt ja zig verschiedene Meinungen von es geht auf gar keinen Fall, es ist alles verboten, bis es ist alles kein Problem. Wir versuchen dann, gesundes Mittelmaß zu finden. Und das gesunde Mittelmaß ist für mich in erster Linie mal der Kunde und keine theoretische Diskussion. Und die Bestandsübertragung oder das Code of Conduct-Verfahren zieht ja vor, dass wenn man den Bestand überträgt von einem Makler auf den anderen, dass der Kunde informiert wird. Die einen sagen, er muss unbedingt zustimmen per Unterschrift, die anderen sagen, es reicht, wenn er informiert wird. Die Versicherungsgesellschaften akzeptieren es aktuell alle noch, auch die Pools, wenn man den Kunden einfach informiert und ihm eine Widerrufsfrist gibt. Und da mir genau das wirklich wichtig ist, schreibt der Verkäufer den Kunden an, gibt ihm eine Frist von zwei Wochen. Dann passiert aber immer noch nichts, weil wir warten dann noch weiter. Dann schreiben wir den Kunden nochmal an und stellen uns selbst vor. Das heißt, er hat zweimal die Chance bekommen, zu widerrufen oder zu sagen, hey, was passiert hier? Ich will das gar nicht. Und erst wenn dann nach insgesamt acht oder zwölf Wochen keiner widerrufen hat, dann fangen wir an mit der Bestandsübertragung. Und selbst wenn dann nochmal einer kommt und sagt, hey, was macht ihr da für einen Scheiß? Dann sagen wir sofort, hey, sorry, wir haben Ihnen zweimal die Chance gegeben, aber wir respektieren Ihren Wunsch, wir geben Sie an die Versicherung, in die direkte Betreuung, weil ich will ja diese Kunden gar nicht. Klar. Wir haben ja gar keine Diskussion mit einem Kunden, der denkt, ich wäre widerrechtlich an seine Daten gekommen. Und bis jetzt hatten wir in den ganzen Fällen, wir haben einmal eine Anfrage von einem Landesdatenschutzbeauftragten und das war aber nicht, die haben nicht das Code of Conduct Verfahren kritisiert, sondern die Kundin hat sich beschwert, dass sie nicht diese 14 Tage hatte, die man eigentlich einhalten muss. Die Kundin war auch noch Rechtsanwältin. Und wir konnten danach aber auch ganz eindeutig schildern, dass sie nicht nur 14 Tage hatte, sondern sie hatte sogar acht Wochen, bevor was passiert ist. Keine 14 Tage. Sie hat sogar viel länger Zeit gehabt. Und die Kundin kam auch nie zu uns, weil der Widerruf kam an und in dem Moment, wo der Widerruf ankommt, löschen wir die oder löscht der abgebende Makler, die ja auch sofort aus der Liste raus, die uns übergeben wird. Wir überprüfen auch, dass wir wirklich nichts von dieser Kundin haben. und wir haben da alles richtig gemacht und die Landesdatenschutzbeauftragte hat da auch überhaupt nichts kritisiert. Sie hat gesagt, okay, es war alles in Ordnung. Die hatte nur am Anfang, weil sie gedacht hatte, zwischen Schreiben und zwischen Übertragung waren keine 14 Tage und das konnten wir einfach widerlegen. Und dann hatte die am Code of Conduct Verfahren nichts auszusetzen. Und wenn man nach dem Verfahren vorgeht, dann braucht man ja auch gar keine Angst davor zu haben, dass man sagt, oh Gott, dann springen wir 15 Prozent ab, weil ihr ja, so wie ich es verstanden habe, dann ja vereinbart habt vertraglich, dass ihr sowieso nur auf der Basis ja den Kaufpreis zahlt von denen, die tatsächlich übertragen wurden. Das heißt, von denen, die widerrufen, für die habt ihr auch gar nichts gezahlt, oder? Zum einen das und zum anderen widerrufen nicht viele. Also es ist irgendwie so ein Mythos, dass da irgendwie 10, 15, 20 Prozent der Kunden widerrufen. Das ist bei uns jetzt noch nie vorgekommen. Wenn da mal 2 Prozent widerrufen, dann ist es echt viel. Das ist eher, wenn wir 1000 Leute anschreiben, dann melden sich vielleicht 10 und 5 davon wollen nur wissen, was das eigentlich ist, was da gerade passiert. Und die anderen 5, die ruft der Verkäufer dann nochmal persönlich an und klärt es mit denen und dann sind zum Schluss vielleicht 2, die wirklich widerrufen. Weil den meisten geht es ja nur darum, dass ihre Versicherungsverträge auch ordentlich betreut werden danach. Und das ist das, was ich anfangs schon meinte. Wenn du da einen guten Service darstellst und auf den Kunden eingehst, dann ist der zufrieden. Der will doch einfach nur wissen, dass seine Haftpflicht auch im Schadensfall in guten Händen ist. Ja. Man unterschätzt da, glaube ich, auch die Trägheit des Verbrauchers. Mein Versicherer setzen ja auf sowas eigentlich oft nach dem Motto Zahnzusatz, wenn ich gleich, ich zahle gleich die Leistung in der Hoffnung, dass der Kunde halt danach den Vertrag einfach laufen lässt. Oder wir merken es ja selber, wenn man Kunden anschreibt, wie dann der Response ist. Also die Menschen sind ja träge und in dem Fall wirkt es ja zum Guten dann nicht. Ja. Das heißt aber, unterm Strich entscheidend ist ein guter Kaufvertrag, in dem all diese Eventualitäten bedacht und geregelt sind. Ja. Also ein fairer Kaufvertrag. Ja. Ich will jetzt auch nicht propagieren. Für beide Seiten geregelt sind. Genau. Also das ist immer schwierig. Es sind ja zwei unterschiedliche Interessengruppen, der Verkäufer und der Käufer. Ja. Und wir haben jetzt ja auch in unserem, wir haben ja einen Videokurs gemacht und da haben ja auch unsere Kaufverträge, wie wir sie haben, offengelegt an unsere Kursteilnehmer und haben es denen bereitgestellt. Und wir haben da keinen Kaufvertrag gemacht, der pro Käufer ist, der so, also der wirklich nur eine Seite bevorteilt, sondern einer, der fair ist. Weil es kommt, also wir schreiben auch in Kaufverträge rein, wenn später die Bestandsprovision im ersten Jahr nicht 50.000 ist, sondern 60.000, dann zahlen wir dir sogar mehr Kaufpreis. Ja, macht ja so. Also nicht nur eine Reduzierung, sondern auch eine Erhöhung des Kaufpreises vereinbaren wir. Gerade wenn so eine BP grob geschätzt wird und der Verkäufer gar nicht sagen kann, wie viel es genau ist, dann sagen wir, hey, dann lass uns ungefähr eine Schätzung machen und wenn es mehr ist, zahlen wir dir danach um mehr mit der letzten Rate. Und das finde ich einfach fair, dass man sich auf Augenhöhe begegnet und nicht versucht, den anderen zu übervorteilen. Das macht ja auch total Sinn, weil das wäre über Vorteilen viel zu kurzfristig gedacht, weil du musst ja in so einem Prozess, der geht ja dann jetzt doch nicht von heute auf morgen, vor allem bei einem Asset-Deal nicht. Du brauchst ja die Zusammenarbeit und die Unterstützung weiterhin. Und wenn der nach zwei Wochen merken würde, da bin ich übers Ohr gehauen worden, dann hätte er wahrscheinlich auch keine Lust mehr weiter zu kooperieren und wenn Daten zusammengetragen werden müssen oder so noch zu helfen. Ja, genau. Was wir eigentlich meistens auch vereinbaren mit den Verkäufern ist, das hast du jetzt gerade so am Rande erwähnt, dass sie noch eine Weile mitarbeiten. Ja, wie macht er das? Einerseits, ja, einerseits, ich meine, immer unterschiedlich, was der Verkäufer möchte. Wir haben jetzt bei einem Verkäufer, das hat man schon 2018 gekauft, der war bis dieses Jahr noch bei uns auf Minijob-Basis angestellt, weil er einfach noch so ein bisschen seine alten Kunden mitbetreuen wollte, aber halt nicht mehr wirklich was machen will. Der war noch angestellt, ein anderer, wo man Bestand oder die ganze Firma gekauft haben, der ist jetzt noch als Mitarbeiter bei uns in der Firma angestellt, bekommt ein Fixgehalt plus Provision, wenn er Umsatz macht. Der wollte einfach, ja, gesundheitlich die Firma verkaufen, aber jetzt geht es ihm wieder besser und er will weiter mitarbeiten. Also da gibt es ganz unterschiedliche Modelle. Klassischer Handelsvertretervertrag kann man machen. Minijob, wie gesagt, Festanstellung. Bei der größten Firma, die wir gekauft haben, da sind die Geschäftsführer auch noch mit an Bord. Da haben wir vereinbart, dass die fünf Jahre lang noch weiter mit Geschäftsführer sind, dass wir das überhaupt gewuppt bekommen, diese Firma komplett bei uns zu integrieren. Also unterschiedlichste Möglichkeiten. Aber unterm Strich macht es schon immer sehr viel Sinn, dass der Verkäufer, wenn es geht, noch eine Weile mit an Bord ist. Ja, also gerade bei den Asset Deals für das Thema Bestandsübertragung und das ist auch ein Vorteil, wenn man den Kaufpreis nicht an Tag eins bezahlt, sondern eben über sechs Monate jetzt beispielsweise, dass der Verkäufer ja auch noch die Motivation hat, die sechs Monate wirklich mitzuarbeiten beziehungsweise an der Bestandsübertragung mitzumachen. Und da muss ich sagen, hat man bis auf wenige Ausnahmen wirklich immer Glück. Also wir hatten da immer Top-Verkäufer, die dann drei Monate oder sechs Monate da mitgearbeitet haben, GDV-Datensätze besorgt haben, die Kundenanschreiben mitgemacht haben, die Widerrufe abtelefoniert haben, weil die einfach auch gesagt haben, hey, ich verkaufe was zu einem fairen Preis, also will ich mich auch nach Unterschrift fair verhalten und natürlich auch die letzte Rate noch zu 100 Prozent bekommen. Und das klappt wirklich gut. Ja, das hört sich so an, also wie du das berichtest, es ist einfach wie so zwei Zahnräder, die halt sauber ineinander greifen und nicht der eine versucht, jetzt einen Kaufpreis zu erzielen, der unterirdisch ist oder der Verkaufspreis, der euch übers Ohr hauen würde, sondern man ist halt in beide Richtungen fair und dadurch kann man dann auch den Übergang gut zusammengestalten. Ja, also ich bin davon überzeugt, dass wir auch immer faire Kaufpreise bezahlen. Also ich meine, jetzt diese Woche war in irgendeiner Vermittlergruppe bei Facebook war wieder eine Diskussion über, warum man mehr als Faktor 1 bezahlen sollte, glaube ich, oder also wo ich gedacht habe, okay, das ist quasi das, was du in einem Jahr als laufende Quartage bekommst. Das ist völlig, also ich weiß gar nicht, warum man das machen sollte, für Faktor 1 bezahlen. Da muss ja der Bestand wirklich schlecht sein oder es muss, ich meine, was wir auch schon erlebt haben natürlich, ist, dass es wirklich aufgrund der Gesundheit oder Todesfälle jetzt wirklich zu einem kurzfristigen Verkauf kommen muss, der dann auch wirklich saukompliziert ist. Da ist sowas... Da ist ja viel Aufwand mit auch, ne? Ja, ja. Wir haben einmal von einem Insolvenzverwalter für 0,7 gekauft. Das war natürlich einer der besten Deals, die wir bis jetzt gemacht haben. Aber der wollte halt, der Insolvenzverwalter wollte schnell den Bestand verkaufen und da waren wir wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja. Aber wenn, du musst es ja mit einrechnen, das ist auch wieder wie bei den Immobilien, du musst halt die Renovierung mit einrechnen. Ja. Wenn du da dann irgendeinen Bestand hast, der nur in ein paar Papierkartons liegt, das muss ja digitalisiert werden und eingehackt werden, das muss ja jemand machen und das kostet Geld. Genau. Dann habe ich zwar niedrigeren Kaufpreis, aber höhere Folgekosten und unterm Strich lande ich wahrscheinlich auch wieder im normalen Bereich. Genau. Ja, unterm Schritt kostet das alles Rendite, umso mehr du selber machen musst, umso mehr kostet dich das deine Rendite. Das heißt, die typischen Risiken, die man so hört, die sind wir eigentlich durchgegangen mit der Antwort, solange ich mich fair verhalte, auf der einen Seite schaue, dass der Verkäufer mitarbeitet, wenn es irgend möglich ist, noch für eine gewisse Zeit und ich einen bewährten Kaufvertrag habe, der die entsprechenden Eventualitäten und zwar in beide Richtungen berücksichtigt, dann brauche ich mir da eigentlich über die Risiken jetzt nicht so viel den Kopf zu zerbrechen, sondern eigentlich muss ich mir eher den Kopf zerbrechen, wo bekomme ich denn jetzt gute Angebote her. Ja, das ist in der Tat so. Es werden ja immer mehr Käufer. Bitte? Es werden ja immer mehr Käufer. Immer mehr haben die Idee als gut befunden und sagen, hey, okay, ein Bestandskauf ist echt was Cooles, möchte ich machen. Ja, was würdest du jetzt jemandem empfehlen? Wie wären die ersten Schritte, um sich da mal reinzuarbeiten? Ja, also das ist ja Tinos Bereich und ich versuche jetzt mal ihn zu rezitieren, ohne es zu flapsig zu machen. Im Prinzip muss jeder wissen, dass du kaufen willst. Das ist mal die Grundvoraussetzung. Es gibt gute Unternehmensberater, der Dr. Peter Schmidt, der Andreas Grimm, die wir jetzt schon genannt haben. Also bei den beiden sich einfach mal listen lassen. Aber es bringt auch nichts, wenn du dem einmal sagst, du willst was kaufen, sondern es ist ja schon ein bisschen mehr Austausch dort bei denen auch notwendig. Dann kannst du deinen Maklerbetreuern, die du jetzt schon hast, kannst du einfach sagen, wenn ihr jemanden aus der Gegend habt, denk doch mal an mich. In den Facebook-Gruppen. Es kommt ja auch immer mehr, so wie du. Du hast jetzt, glaube ich, auch kürzlich irgendwo geschrieben, dass du jetzt auch dabei bist, Bestand zu kaufen. Jetzt wissen es die Leute. Also es weiß jetzt zwar nur eine kleine Gruppe und das muss ich immer wieder sagen. Jetzt wissen es auch alle Podcast-Hörer. Jetzt wissen es auch alle Podcast-Hörer, dass du auch mal einen Bestand kaufen möchtest. Und du musst einfach im Gespräch bleiben. Immer wieder. Und du darfst nicht zu wählerisch sein. Wenn du sagst, du willst den Bestand, der nur 10 Kilometer weit entfernt ist, eine Vertragsdichte von 2,5 hat, ich will aber nicht mehr als Faktor 2 bezahlen und es dürfen nur KV-Zusatzverträge im Bestand sein. Klar. Ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du was findest, ziemlich gering. Ja. Wenn du aber sagst, ja, ich nehme einfach, was kommt und ich höre mir das mal an, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt umso höher. Das würde ich auch sagen. Reden kann man immer mal, ne? Ja. Das heißt, wenn wir jetzt mal, dann springen wir doch mal auf die Verkäuferseite. Ja. Wann sollte ich denn als Verkäufer beginnen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen wenn ich weiß, okay, ich will irgendwann meinen Bestand mal veräußern, ab wann sollte ich mich darauf vorbereiten? Ja, pauschal, so früh wie möglich. Also, sobald du die Entscheidung getroffen hast, dass du mal verkaufen möchtest, kann man ja schon einiges dafür tun. Ich fange mal andersrum an. Wenn wir einen Bestand angeboten bekommen, dann ist es oftmals so, dass der Verkäufer, wenn du ein Auto verkaufen willst, dann gehst du, bevor du das Auto verkaufst und bei Autoscout irgendwo einstellst, lässt du den TÜV machen, du guckst, dass die Reifen aufgepumpt sind, du guckst, dass die Rostflecken irgendwie überdeckt sind, es ist frisch geputzt und dann machst du schöne Fotos davon. Der typische Versicherungsmakler oder der typische, das ist immer so pauschalisiert, Angebote, die wir bekommen haben, da denkst du, ey, das ist ein platter Reifen, der TÜV ist abgelaufen, es ist gerade durch den Matsch gefahren und hat noch drei Dellen. Aber Neupreis. Aber ich will Neuwagenpreis, genau, aber ich will Neuwagenpreis, Porsche. Und das ist manchmal so diese Diskrepanz und wenn man sich, irgendwie drei, vier, fünf Jahre vor dem Verkauf schon mal damit auseinandersetzt, wie habe ich in fünf Jahren eben ein Porsche und kein Dacia, dann kann man da auch schon sehr viel für tun. Dafür muss man einfach wissen, wie Käufer ticken und auf was Käufer gucken. Weil das, was ich aufgebaut habe, kann für mich schön wirken. Zum Beispiel, ich nehme jetzt mal mein Lieblingsbeispiel, Konzepte. Ich habe einen Bestand, der ist für den Kunden vielleicht super, weil ich tausend Konzepte und Rabatte und alles Mögliche drin habe. Der ist für mich als Käufer aber fast unbrauchbar, weil ich die ganzen Konzepte gar nicht zu meinem Pool übertragen kann. Ich bin bei Blau Direkt. Ich möchte meinen Bestand zu Blau Direkt bringen. Ein FEMA-Konzept, ein VFM-Konzept oder ein Bestand, der komplett bei der Vorfinanz oder bei irgendeinem anderen Pool liegt, der bringt mir natürlich deutlich weniger, als wenn irgendwas schon bei Blau liegt. Das heißt, du musst dich mal überlegen, wer ist die Zielgruppe an potenziellen Käufern und auf was schaut diese Zielgruppe? Was ist denen wichtig und wofür zahlen die mehr Geld? Das ist, glaube ich, der elementare Unterschied zwischen einem guten Verkäufer und einem schlechten Verkäufer. Die guten Verkäufer haben ihren Bestand aufpoliert und der ist richtig hübsch und den kauft jeder gerne. Und wir würden da bis zu Faktor 4 bezahlen für einen richtig guten Bestand, der genau unserem Muster entspricht. Weil du wieder die Folgekosten sparsst. Ich glaube, es ist auch nicht so, dass die ja absichtlich sagen, ich fahre da das verbeulte Auto vor, um deinem Bild zu bleiben, sondern dass sie einfach gar nicht wissen, worauf denn der Käufer schaut, weil man halt in seinem Betrieb lebt. Das ist das eigene Baby. Das ist sowieso toll und bisher halt nicht rechts und links geschaut hat. Und da ist es, denke ich, wichtig, dann im ersten Schritt erst mal zu gucken, was interessiert denn so einen Käufer und dann zu schauen, wo sind da meine größten Mängel und wie kann ich die beseitigen? Genau. Es ist ja auch nicht jeder Käufer gleich. Also es gibt ja bestimmt auch erfolgreiche Versicherungsmakler bei der FEMA, die am Bestandskauf interessiert sind. Wenn dann ein Verkäufer ein FEMA-Konzept, also auch FEMA-Makler ist und viele FEMA-Konzepte hat, dann passt es wie die Faust aufs Auge. Ja, also es ist ja immer, es müssen sich einfach die zwei finden, die zueinander passen. Aber zwei Punkte kann man da vielleicht rausgreifen. Das eine, was mir einfällt, wäre, was ist denn euch als Beispielhaft, als Aufkäufer, lieber, wenn der Kunde 80 Direktanbindungen hat oder wenn der alle Geschäfte über einen Pool einreicht? der Verkäufer? Ja, also natürlich ist, wenn das über einen Pool einreicht, immer besser. Dann hast du auch diese ganze Datenschutz-Thematik, ist viel einfacher. Die Code of Conduct-Übertragung ist deutlich einfacher. Also wenn, in unserem Fall jetzt, wenn wir einen Makler finden, der schon alles bei Blau direkt hat, hey, wäre für mich, wäre für mich toll. Traum, ne? Wäre für mich ein Traum, genau. 80 Direktanbindung bedeutet für mich 80 Mal eine Bestandsübertragung veranlassen, 80 Mal GDV-Datensätze besorgen, 80 Mal Datenpflege im Programm machen. Das ist ein Rendite-Killer. Aber das ist jetzt so, wie Daniel kaufen würde, worauf Daniel achtet und wann Daniel mehr Geld bezahlt. Gibt auch die anderen, die sagen, Pools sind Teufel und ich will überhaupt nichts mit Pools zu tun haben. Als Bestandskäufer kann ich das zwar nicht verstehen, weil wenn du mehrere Bestände kaufst, dann hast du mal fünf Verträge bei der Pfefferminzia und drei Verträge hier und zwei Verträge dort und wenn ich die nicht ohnehin schon habe, die Direktanbindung, dann müsste ich jetzt für diese drei Verträge eine eigene Direktanbindung machen. Das wäre für mich ein Desaster. Also spätestens, wenn du wirklich professionell Bestände kaufst, brauchst du im Prinzip eine Poolanbindung. Verstehe. Und das andere Thema ist, wie schwer wiegt es für euch, oder was euch das Liebste, wir haben auf der einen Seite, wir haben noch ganz viele Papierakten jetzt bei einem Verkäufer, der hat alle Leitsordner da stehen, der andere hat alles schon perfekt in einem MVP integriert und dann gibt es ja noch die dritte Variante, ich habe es digitalisiert, aber halt, sagen wir mal, in der eigenen Explorer-Dateistruktur. Ja, auch da kommt es darauf an, wenn einer mein Maklerverwaltungsprogramm hat und er hat dort alles digitalisiert, also ich nehme jetzt wieder mein Beispiel, ich bin bei Blau und der abgebende Makler hat alles in der Ameise, Hammer, wäre saugeil. Wenn er aber alles in AMS hat, dann habe ich schon wieder ein Problem, weil ich muss es ja aus AMS rauskriegen. Ich muss ja die Daten, die Daten sind sogar weniger ein Problem und muss ja unterscheiden zwischen Daten und Dokumente. Daten ist eigentlich völlig egal, Daten sind banal, kann ich überall über Export-Import-Funktion lösen, aber Dokumente, die einem Kunden in einem Maklerverwaltungsprogramm zugeordnet sind, die dort rauszubekommen und in ein anderes Maklerverwaltungsprogramm importieren, das ist echt ein Riesenaufwand. Dann wäre die Ordnerstruktur einfacher. Da ist die Ordnerstruktur einfacher, da ist sogar der Leitsordner einfacher. Also wenn einer sagt, ich habe nichts digitalisiert, ich habe aber zu jedem Kunden genau einen Ordner, dann sage ich, okay, dann scanne ich diese 200 Ordner einfach komplett ein als ein PDF-Dokument, kann ich ja danach auslesen lassen, da gibt es ja irgendwie Software, dass man es danach auch auslesen und suchen lassen kann und dann hinterlege ich diesen einen Leitsordner quasi einfach in meinem Verwaltungsprogramm als Altakte-Kunde und habe alles drin. Also so schlimm finde ich diese Leitsordner gar nicht. Viele sagen ja, ich will einen voll digitalisierten Bestand. Klar, ist schön, aber da muss er halt auch zu meinem System passen. Bei uns werden momentan noch drei verschiedene, vier verschiedene Altserver quasi von Käufen, einfach um die Datensicherheit oder die Aufbewahrung bei uns zu haben. Das war ein Archiv. Schwamm. Ja. Sehr cool. Das heißt, man kann auch da sagen, es gibt halt nicht die pauschale Antwort, es müssen, die zwei Zahnrädchen müssen halt wirklich zueinander passen und ihr habt ja da das mal für euch im Detail auf, oder nicht nur für euch, sondern für jeden, der Interesse hat, im Detail aufbereitet. Du hast vorhin schon angesprochen, ihr habt da einen Videokurs zu. Bisher ja nur für den Bestandskauf, aber ihr plant da was anderes, was Neues. Willst du dazu mal was sagen? Ja, genau. Also bis jetzt waren wir, wir sind ja die Käufer, deswegen war es naheliegend, dass wir erstmal einen Videokurs machen aus unseren Erfahrungen für alle anderen, die sich mit dem Thema Bestandskauf auseinandersetzen und es war sehr erfolgreich. Da waren wir echt begeistert. Wir haben es jetzt knapp ein Jahr und haben jetzt über 100 Teilnehmer oder knapp 100 Teilnehmer. Da waren wir echt begeistert, dass wir jetzt gedacht haben, okay, wir werden jetzt auch auf der anderen Seite, also für den Gegenpart, für die Verkäufer auch einen Videokurs machen. Natürlich viel, viel kleiner im Umfang. Der ist nicht ganz so groß, weil dem brauche ich keine Präsentation mehr für die Bank, für was musst du da präsentieren, dass du ein Darlehen bekommst und so weiter, sondern wirklich, wie machst du aus dem verdellten Auto ein Auto, das du präsentieren kannst online, wo die Leute einfach mehr bereit sind zu bezahlen. Wo wir sagen, wie wir aus Käufersicht Bestände bewerten, auf was wir Wert legen, aber nicht nur wir, sondern eben auch andere Käufer, mit denen wir uns austauschen und wie du deinen Faktor von 2,0 auf 4,0 steigern kannst. Das ist Ziel von unserem neuen Kurs und ja, bin ich mal gespannt, ob wir da ähnlich positive Resonanz bekommen wie bei den Verkäufern. Und du hattest aber vorhin erwähnt, dass ihr den Käuferkurs jetzt einstellen werdet. Den Käuferkurs, genau, den werden wir nur noch bis zum 31.3. in der Form online lassen, weil wir wirklich mit der Resonanz bis jetzt zufrieden sind und die Gruppe passt und danach werden wir diesen Käuferkurs, den wird es dann nur noch im Rahmen von Orbit Consulting geben. Ich weiß nicht, Orbit ist wahrscheinlich noch nicht immer ein Begriff. Das ist auch eine, das gibt eine Videoplattform und da packen wir unseren Videokurs einfach mit rein und da gibt es dann aber auch noch zig andere Themen, Digitalisierung, Suchmaschinenoptimierung, Facebook Ads und so weiter und so fort und da geben wir unseren Verkäuferkurs einfach mit rein. Also nur bis zum 31.3. gibt es den noch in dieser Form, wie er jetzt verfügbar ist. Also das heißt, wir haben jetzt bei Aufnahme Anfang Februar, wir haben noch ungefähr sieben Wochen, habt ihr noch Zeit, den Käuferkurs euch mal anzuschauen, ob das was für dich ist, liebe Hörer. Ich packe mal einfach den Link in die Shownotes und dann kann man sich auf der Website ja umschauen. Ja, gerne. Und ab wann gibt es den Verkäuferkurs? Den werden wir dann auch ungefähr zum gleichen Zeitpunkt starten. Also der ist noch nicht ganz, also abgedreht ist er komplett. Ich bin jetzt gerade beim Schneiden und in der Nachbearbeitung. Ich denke mal, dass wir so Ende Februar, Mitte März gibt es dann den Kurs für die Verkäufer. Ja, und dann schauen wir mal. Und du hattest mir im Vorgespräch gesagt, du hast unseren Hörern da was mitgebracht für den Verkäuferkurs. Ja, für den Verkäuferkurs packen wir jetzt hier quasi auch in die, wie nennst du das, in die Shownotes. Ja. Gibt es noch einen Gutscheincode und dann bekommt er da quasi einen Rabatt, den werden wir dann bis einen Monat lang nach Stadt, werden wir den einfach so als Launch des Kurses mal in den Markt geben für Frühbucher. Da werden wir 20 Prozent einfach nur mal den Preis reduzieren. Ich gehe mal davon aus, bis zum 31. März wird der Gutscheincode dann seine Gültigkeit haben. Das ist manchmal ein bisschen abhängig davon, weil wir wirklich fertig sind. Also vier Wochen auf jeden Fall, nachdem der Kurs online geht, kann man den Gutscheincode dann noch einlösen. Sehr cool. Also für jeden, der jetzt die Folge aktuell hört, guckt euch den Link in den Shownotes an, guckt euch den Gutscheincode an und wenn du die Folge jetzt erst nach dem März 2021 hörst, wir packen einfach deine Kontaktdaten dann noch mit in die Shownotes, Daniel, dann kannst du dich bei Daniel direkt informieren, ob es noch und wie die Zugriffmöglichkeiten auf die Kurse noch sind, wenn du Interesse hast. Machen wir es so? Ah, super. Hört sich gut an. Dann würde ich sagen, vielen Dank, Daniel, für den Einblick von beiden Seiten mal. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und mir neue Infos gebracht und ich hoffe, dir, lieber Hörer, auch und Daniel, machen wir den Sack zu für heute. Machen wir. Machen wir dir auch. Verabschiede ich mich schon mal. Du hast dann das letzte Wort an die Hörer. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Dranbleiben und Zuhören und wenn du keine weitere Folge verpassen willst, dann komm auf unsere Website vertriebsansatz.de da kannst du dich in den Newsletter eintragen und dann werden wir dich immer aktiv auch informieren, wenn wieder eine neue Folge online ist. für heute sage ich Tschüss und wir hören uns in der nächsten Folge. Ja, ciao, ciao. Bye, ciao. Bye, inclusive. Vielen Dank.